Gatling Welche? Die da oben sind Jaja, egal, passt schon Ja, das ist absolut, da kann man drauf stehen Dabei Das ist der Punkt, wo alle vorbeilaufen müssen Ist das ein Boss? Ah, Heiler Der Heiler wieder Ich bin an dem Drachen also Hast du diese Folgen? Er ist viel grauer als vorher Als was Der Heiler ist ziemlich kurz und schwach Ja, das ist doch Heiler plus was passiert Eigentlich Das stimmt von den Heiler und sagt, sie schweben Juh Juh Oh, sie hält alles langsamer als wenn wir reinflirgen Ja Die Sample-Einkamung ist höher so an sich Oh, ein anderes Boss Oh, ein anderes Boss Oh, ein anderes Boss Ja Die Schwemme werden sich fertig Ja Der Krieger ist gleich tot, dann helfen wir dir So Nice Okay Okay Haben wir? Ja Jetzt haben wir Zeit Gut Das ist etwas Ähm Ineffizient Ich wollte grad sagen Ist das eine Plattform, darauf kann man stehen Ja, das war ja grad bloß wie ein Zeit-Level Ich weiß Danke Danke Beschwemme Plus Beschwörer Du musst so weit Das wird funktioniert Tränen Beschwörer sind immer Target Number One Beschwörer sind immer Target Number One Beschwörer sind immer Target Number One Jaja, haben schon beim ersten Mal verstanden Beschwörer sind immer Target Number One Beschwörer sind immer Target Number One Was sind das? Deine besten Freunde Achso Na dann Wir haben einfach den Micromanagement gemacht und so witzige, witzige Sachen verbessert immer. Was? Ja. So mag ich. So mag ich. Ja, ja. So mag ich. Ja, jetzt sagen wir so, wir kriegen reichlich Blöcke zugeschmissen, also das ist nicht das Problem. Oh. Oh. Das dürfte recht effizient sein hier hinten. Mhm. Ist auf jeden Fall mal nicht schlecht. Wir sollten noch Türme setzen, wir haben noch schön viele Punkte. Jo. Mhm. Also. Lassen wir die Gatling da stehen oder nehmen wir die raus? Die was? Vorerst kann die stehen bleiben, komm. Vorerst. So. Da ist eigentlich alles Max, oder? Wir sind da nicht Max. Kairos. Wollen wir die da haben? Joa, warum nicht? Kairos und verlangsamen, ich mein wir sind ja noch nicht OP genug. Ja. Nebenbei, ich merke die... Gesund. Ich merke die Verlangsamung in meinen Schüssen gar nicht. Und ob ich die gar nicht mehr drin hätte. Ja. Oder, oder doch nicht drin hätte aus irgendeinem Grund. Aber ich kann's auch nicht nachschauen, oder? Ja. Ja. Wieder verwalten. Geht das? Stopp. Ja. So lange ich drauf schieße, ist es halt so, dass die langen immer können. Mhm. Den Blitz sollten wir vielleicht mal umplatzieren, äh, umplatzieren. Ein zweiter. Ein zweiter. Ich hab irgendwie dieses Bedürfnis hier einen Raketenturm hinzusetzen. Ja, deswegen... Weil der nicht in Amt ist. Ein zweiter Volk, genau. Kann ich hier einen Raketenturm hinzusetzen? Ja, mach doch. Ja, ja. Wenn du das Geld dafür hast. So, dann haben wir sehr viele Plätze, wo die andere schon ist. Wir bräuchten noch einen Block. Nimm irgendwoher einen Block. Ja, ich klau mir einen von Simon. Kannst du einen also in der nächsten Runde nehmen? Na. Äh, was ist da oben eigentlich gelbes? Was steht da oben? Sturm. Ah, okay. Hier hin kann noch was. Was auch immer. Ich hab'n Fokus, aber hier steht schon ein Fokus, oder? Nee. Ja, aber auch nicht. Freulich. Ja, ich weiß warum nicht. Weil jemand über eine Bahn rennt. Da, kriegst sogar mehr. Danke. 110 Punkte würde genau reichen, um eine Dings-Up zu graden. Aber ich packe hier einfach schon mal hier rein. So. Mehr Schaden ist mehr Schaden. Hm. So was kommt eigentlich die Runde? Spucker und... Beschwörer und... Schwärme. Ja. Verstärker würde ich eher sagen. Aber beschwören tun sie ja nicht. Die kommen später erst. Nachdem was gelesen hab. Genau. Spoiler mich. Immer wieder gerne. I'm ready. Was habt's denn ihr so eilig? Ja, wir müssen was in die Aufnahme reinbekommen. Das war schon in der 6. Minuten. Nur Plan. Was? Ich möchte die Beschwörer eigentlich nicht treffen. Ah, der Schwarm zu schwarm. Wenn die... Wenn die die Mobs treffen, dann werden sie dunkel. Die Beschwörer. Kann sie was tun? Wenn die Beschwörer Mobs treffen, also Gegner. Dann werden die Gegner dunkel. Ach so. Ich geh mal auf den Beschwörer auf der Seite. Weil die haben ja kaum Leben, die Teile. Ja, die Schwarm. Das soll hier kein Problem sein. Okay, da kommen noch ganz viele. Ja, die Dinger sind richtig... Richtig, ey. 128 KF. Mit einem Sitz. Mit einem Sitz nicht in Richtung Ich werde von hinten nachher machen die ganze Zeit gespuckt an den Scheiß-Fiecher. Ich bin ja vor, dass der Schwarm ist weg. Ist eigentlich der Foto schon nach den stärksten eingestellt? Ich glaube schon. Ja, ich meine. Mein Matt geht kein Rund in den Scheiß. Ja doch, mal auf den Schwarm schauen. Wenn er hier auf dem stärksten eingestellt wäre, dann wäre das so. Ah, das haben wir doch gut hingekriegt eigentlich. Ja, und er war nicht auf dem stärksten eingestellt, aber jetzt. Was gerade bei Schwämmen unpraktisch ist, weil ich ja kontinuierlich am Leben verlieren. Oder selbstständig umwechselt. Okay. Es kommen 16 von den mittelgroßen Läufern. Ja. 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 Ich glaube da unten sind wir eigentlich ziemlich fertig von Türmen her, oder? Da passt noch viel hin. Der Andradius, der macht locker noch 6 Tower bei dieses System. Das ganze Ding hier hinten kann ich nicht sehen werden. Mit Raketentürmen oder so. Ja. Langzeitschaden. Okay, dabei hast du mich. Mit Raketentürmen hattest du mich. Ja, aber ich brauche schnell. So einfach. Hier noch eins nehmen oder so. Wir können noch Fokus ersetzen, aber... Foki. Foki. Nein, ich setze nur Raketentürm. Foku-Attivität. em. pih. Könnten noch bauen. Vielleicht Politik aus. Obwohl die hier hinten ist nicht so cool. Boah. Ich habe gerade überlegt, ob ich den... Ob ich den canonen-alligen-Raketentürmen nicht auf die mit niedrigster Gesundheit setzen sollte? Boah, könnte man eigentlich, aber dann haut der die ganzen Kleinen weg Soll er doch Ist schon richtig, wenn er da die alle mal durchschwecht Meiste Gesundheit, okay Soll ich hier mal eine Klaus bauen? Bau halt Weil da entfasst es eigentlich so ziemlich alles Schaden kannst du nicht, kurz zumindest, recht unwahrscheinlich Haben, ja okay Machen wir die noch voll Jep, dann umfasst die wirklich das ganze Spielfeld Schau dir das mal an Alter Auf das hab ich jetzt gar nicht geachtet, dass die ja noch größer wird Ja komm, die letzten 6 noch Ich hab nix mehr Doch, du hast 6 Achso Ist das da für mich gar nicht neuerlich, wenn wir schnell drauf schauen Level 2, muss reichen So, gut Ah, ich schwere Kann ich so den Aha Kommst du hoch, oder? Ja Du bist meins Du bist meins Na, der letzte kann ja noch da bleiben Hier hin Nimmst aber wieder auf, oder? Nimmst aber wieder auf, oder? Dort, was? Haben wir Keine Ahnung, was du da hinten plant, aber irgendwas labert ja Ja, ich habe hier wieder die, äh, verlangsamen ein bisschen was umplatziert Och ja Ja, nun, ich soll mich um die Schnellen kümmern Habe ich das Recht dazu So I'm done, let's go Gute 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 Ja, scheiße Gute Viele Flucherei heute. Aber nicht durch. Aber Schüsse machen die doch nicht langsamer, wenn man ihn noch immer wieder hinschaut. Die Flucherei. Zeit damit. Wir haben 5 Brüter. 3 Kriegsdinger. Oh Gott, wir müssen die Brüter schneiden. Oh ja. Ja. Alle drauf? Alle auf die Brüter. Ok. Wieso? Wir sind jetzt am Mutierer, aber... Ja, Mutierer, Brüter, irgendwas halt, ne? Jo. Ach, willst du dich achten? Du denkst dich irgendwann da weg. Hm. Krieg dir. Dann steh ich mich einfach so lang hier hin. Dann steh ich gut. Kann sofort reinschießen. Ok. Ähm. Ja, dabei. Dabei vielleicht noch sowas. Ja. Toll. Mach mir jetzt mal Schaden. Direkt vor dem Grund zu beginnen. Auf geht's. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die anderen zuerst kommen, dann kommt sie wieder auf mich. Oh je. Oh, Nein, nein, nein. Oh, das war knapp. Das ist viel. Ich hab den Heiler. Ok. Ach, der kann sich selbst heilen, man ist das nicht so. So, alles fit. Ach, irgendwie logisch, oder? Ich gehe auf den nächsten Heiler. So, das sind jetzt mal eine Bremse 2 ineinander, die sich gegenseitig heilen konnten. Da gammelt noch irgendwas drin. Ah, noch ein Heiler. Ich gehe auf den... auf einen der Kampfläufer. Immerhin besser. Also, die Kampfläufer ist das so mies, dass wir so eine kurvige Strecke gebaut haben. Wisst ihr das eigentlich? Das wird ja ganz besser. Hier haben wir nur noch eine Art Knappfläufer. Jetzt glaubt ihr, dass ich meine. Kann klar sein. Tja. Muss ich für schneller sein. Hm, vielleicht sollte ich auch so eine OP-Waffe dabei hacken, wie du. Ja, das wäre eine Idee, ne? Das ist doch gut. Ja. 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 Und wieder mal kein Zeitlimit. Ja. So, das Ding kann wieder weg. Könnt ihr eigentlich verlassen da unten, oder? Naja. Lieber fokussieren auf einem, auf eine Area. Ja, klar. Einmal die Gauss und einmal was ist das andere Gelbe hier. Der kann jetzt ja wieder weg. Oh, ich hab ein großer Spucke anscheinend. Los! Äh, das sind die Patriarchen. Oder die Matriarchen. Achso. Waren das nicht die Rechten, die Matriarchen? Ne, das waren die Normalen noch. Den wir gleich sehen. Oder das sind die Matriarchen und Pastriarchen. Pfff. Äh, das fängt ab, nur irgendwie zu werden. Auf jeden Fall kommen sechs Schweber an. Finch ist nicht so geil. Voll geil. Super geil. Nein. Nein, hör auf. Du kennst das Lied also auch? Ja. Das Lied ist nicht unbekannt. Wir kennen es noch aus unserem Kontext. Ich kannte es im normalen Kontext nicht. Gott sei Dank. Nebenbei, bevor du, ähm, so... Der Refrain wurde normal gehalten sogar, ne? Der Refrain war das Original, auch bei dem Lied das du kennst. Ja, ich weiß. Hab ich mitbekommen. Aber, ne, wenn man so drüber nachdenkt, die klingen schon ähnlich. Ja. Und Markus hat keine Ahnung, ob wir reden, weil es scheißegal ist. Japp. Wollen wir hier vielleicht noch irgendwas platzieren? Käsel. Ja, haben wir nicht dabei. Einen letzten können wir noch platzieren. Wir können noch drei platzieren. Einen. Drei. Ich hab hier vierzehn angezeigt. Ich hab auch vierzehn angezeigt. Achso. Ja, okay. Hab direkt. Selbst wenn geht hier nur einer, auch wenn du hier drei Basen zu sehen meinst. Das sind nur die Zwischendinger. Äh? Mhm. Also. Was wollen wir nehmen? Puh, schwierig, schwierig. Aketenturm. Noch einer? Okay. Oder ein Fokus. Wir sind auch dabei. Fokus? Fokus will ich nicht schleppen. Wo genau hin? Da auf die letzte Plattform. Jetzt haben wir aber viel zu viel Kohle. Alle sind in die Arm. Ja. Ja, ich mein, ihr habt viel zu viel Kohle. Ich bin wieder komplett leer. Ja. Aber ja, alles um die Arm. Warte, bis du fertig bist, okay. Ja. Okay. Wollen wir uns wieder aufteilen? Äh, klar doch. Dann bleib ich hier. Dann geh ich in Richtung Schweber. Ja, ich geh auch Schweber. Schweber sind zu zweit am besten. Einer lockt, der andere schießt von hinten rauf. Eben. Und ich kann ja gut mit denen nicht gehen. Ja, ich geh auch Schweber. Ich locke. Ich locke. Jupp. Schieß. Okay. Äh. Auf den, auf den, den ich halte vielleicht. Ja, ich versuch's. Aber ich werde zu spuckern, wenn wir sie überziehen. Ja, danke. Du hast mich für mich jetzt... Ich freue mich. Danke schon, wenn du dich beachtest. Hey. Ich spinne auch kurz mit dem. Du spinnest auch. Ja. Das ist weiter cool. Was hab ich rechtsklick gedreut? Ich kann mich absolut sehen, wie ich siehe. Ah. Hui. Die sind krass, die Spucker. Oh, what? Okay, erstmal in plus 4. Autsch. Auf einen Schweber wenigstens fast down. Oh Gott. Ja, sterbe ich hier heiflich. Ist ja nicht normal. So, jetzt haben wir nur noch Schweber, oder? Okay. Ist ja irgendwie noch was da. Ja. 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 Ich weiß auf Deutsch, dass du auch, ähm, den schwergeprenzten Läufern überall Schaden machst. Ja, aber nicht viel. So. Das mach ich mit meinen Rechtsgegattacken hier. Das sind ja diese Explosionen. Die machen dann auch Schaden, aber das ist schon gut. Ja. Hm. Das ist so gut. Ja. 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 Läuferkerle zu, naja. Ab normalen Läuferkerlen macht. Entschuldige. Aber erst mal einen Schnitt setzen. Bis zum nächsten Mal.